hey was geht ab ihr lieben und herzlich willkommen zum letzten video von mir in diesem jahr ich wollte euch einfach mal mitnehmen und das letzte jahr revue passieren lassen und vielleicht einen kleinen ausblick ins nächste jahr geben und zwar fand ich es sehr krass letztes jahr im dezember da waren es 1000 abonnenten mittlerweile bin ich schon bei 3700 und ich freue mich über jeden einzelnen von euch dass ihr mich gut findet und meinen kanal abonniert hat und ich freue mich natürlich auf jeden weiteren zum einen wollte ich mal einfach danke sagen für die treue community die fleißig meine videos teilt und sich anschaut zum nächsten möchte ich mich bei meiner familie bedanken die immer schön leise ist und geduldig wenn ich irgendwo meine videos aufnehmen als nächstes möchte ich mich bei meinem schwager bedanken der mir wie ihr vielleicht bemerkt habt ein neues intro lied komponiert hat und nebenbei auch noch ein bisschen mein kanal jetzt über die weihnachtstage abgeändert hat ein großes dankeschön dafür als nächstes möchte ich mich bei meinem bruder bedanken der in diesem moment auch gerade an einer professionellen homepage für mich anbauen ist finde ich richtig klasse zum nächsten punkt eben da ich jetzt gerade auf die 4000 abonnenten zugehe dachte ich mir dass ein homepage gar nicht schlecht wäre und deshalb ist die auch gerade in der mache und als zukunftsaussicht für das jahr 2022 wird es wird natürlich weiterhin fleißig gedreht ich hoffe ich kann euch damit weiterhin helfen und unterstützen bis dahin vielen dank fürs zuschauen und zuhören und bis zum nächsten mal